ok der hat gegen die wand geschossen das war sein problem und ich habe nicht aufgepasst und das war mein problem über ein linkes eif verwetten dass da einer drin ist was 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 Okay, was wollen wir heute machen? Na? Was wollen wir heute machen wollen? Weidet erstmal auf Hoffi Oh mein Gott Ich bin so ein Noob, Alter Du siehst es endlich ein Ja, macht nichts, jetzt hab ich ihn trotzdem gekillt Aber ja, das war grad richtig nicht so gut Ich habe ihn gehört, ich weiß nicht wo er ist Oh, hast du für Car Mechanic Simulator eigentlich schon das Mazda DLC? Oh nein Ah, scheiße, scheiße, tot Das ist nämlich grad im Angebot Echt? Ja, minus 10% Ah, Platz 18, naja, zwei Spiele gekillt Geleckt das nur im Stream so, oder? Ich weiß nicht warum das gerade so geleckt hat Jetzt ist alles gut Jetzt bist du tot Okay, einer ist bei mir in die Ich bin so weit Ich bin hier Alter Falter. Das Problem, dass Frauen nicht kommen, habe ich bereits schon beim ersten Date. Das ist wies. Hab ihn. Ach, ich glaub das nicht, Alter. Die Tür ist auf. Da ist einer drin. Tschüss. Ach, Mut zur Lücke. Ja, auch. Ja, Mut zur Lücke. Das würde bedeuten, Mut zu, ich bin gleich nicht mehr da. Ja. Okay. Oder du haust ihn um. Okay. Wo ist denn so die Kopfhöhe? Wenn's ein Zwerg ist, so, ne? Dead by Daylight streamst du? Ich weiß nicht, was ich stream, ist mir auch egal. Da steht Dead by Daylight. Ist einfach nur so testweise. Kommt das einigermaßen flüssig oder hab ich Lacks oder sowas? Er ist doch hier drin, oder nicht? Warte mal. Kommt rechts. Er kommt, jetzt kommt er rein. Fick dich.